Ich grüße dich. Sag mal, kennst du das auch? Du hast so das Gefühl, du machst, du machst, du machst, aber irgendwie scheint das, was du machen möchtest, nicht richtig voranzukommen. Und ich kann dir sagen, und jetzt ist es erst recht wichtig dran zu bleiben, denn kurz vor dem Ziel wird es manchmal etwas holpriger. Aber wenn du dann durchhältst, dann gehst du einfach mit dem, was du machen möchtest, durch die Decke. Also, bleib einfach dran. Und wenn du in so einem Tief bist, dann zeige ich dir was. Dann mach doch einfach dein Erfolgsmacher-Journal, dein Dankbarkeitstagebuch. Schreib dir die Erfolge auf, deine Erkenntnisse, alles, was du tust, bleib einfach dran. Denn meistens bist du so kurz vor dem Ziel. Also, halt die Ohren steif und sag dir, ey, es wird eh geil. Ja, ich will. Du bist, wenn du da bist, wenn du bei dir bist. Gerade Du bist, bist du sehr für dich mit告诉 Ester.